reimburse ... Ja, könnt Ihr mit hellem Licht zocken? Ich nicht. Bei mir ist alles dunkel. Ich hab bei mir oben die Lampe an. Lol, echt? LOL. Ich hasse es im dunklen Raum zu sitzen, wo nur Monitore angeln. Da krieg ich, da krieg ich... nee. Ich hab'n Fernseher, damit da ein bisschen Licht ist. Ey, Stromverschwendung. Fernseher? Oh, da würde ich ja übel abgelenkt werden. Ja, der steht hinter mir, zu meinem Rücken, also. Also jetzt erstmal A, ne? Jo. Jep. Nein. Noch Block. Noch nichts mit, ja? Ach, der ist hinter dem Smeifer. Oh, was? Oh, ein Rathaus drin schon. Fuck! Wie schnell ist denn der da reingezogen, Alter? Zwei auf B, zwei B-Seite. Was, klar, ich hab schon. Hinter uns, hinter uns. Ja. Gleich am Arsch, Alter. Schön, Cleo. Hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Leck mich doch, Alter. One, two. Der hat ihn angetäuscht, da. Hä? Der kam von der Scheune. Weg, weg, weg. Gerech, ne Runde. Ja. Ah, Spiel. Fünf Sekunden. Jetzt. Drauf, 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 drauf. Ah, nice. Nice. Nice roll, Alter. Nice. Nice. Richtig roll. Äh, Cleo, ich war im, ich war, ich bin im Besitz in meiner Linken, äh, da rechts halt. Ja, die können, die können hier durch. So, ja, das wusste ich nicht. Da wie aus, wie einmal auskullt dann noch, Alter. Ich hab gedacht, so, wo ich jetzt sturmt bin, dass es nur noch einer war. Nee, nee. Auf, Nate, komm. Sauber. Was oben, Aufklärung. Hab ich zu? Ja. Hier kommt einer. Einer ist oben noch bei denen im Haus. Vorne Stein, eine. Green. Stunt. Echt? Ja. Oh, da, da pusht mich, da pusht mich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Ist sie weg? Ich hab ihn. Ich bin einmal rumgerannt. Der andere kommt entweder von hinten oder so, ne? Der vorne war keiner mehr. Da war ein Rathaus drin. Das ist gut. Kommt auf einmal hoch. Gehüft, Alter. Wer spielt hier bitte? Schock. Okay. Das hört sich an, wenn wir in der WG sind. Oh Gott. Wir haben schon mal angeschossen, du Sack. So wie Gude. Ich hab ein Auto. Sehr schön. Bitte. Amgachanga, er soll seinen Mund halten, bitte. Ja, sag ihm die ganze Zeit. Schnauze da hinten. Wir gehen auf B, noch. Ja. Soll ich schon Auto fahren? Nee, auf B Auto ist scheiße. Okay. Dann nehm ich die Bombe. Mein Trophy ist schon kaputt. Nice. Da, Theo. Mitte. Runden. Ich plante. Ja, sauber. Krise hier. Ah, Panzer. Panzer ist der letzte. 3 gegen 1. Ich glaube, ich bin schon Headlitch. Bei denen. Ich weiß es aber nicht genau. Könnt bei dir kommen, Cleo. Jo, mein Reddawd hat das Aim. Außer, der springt. Außer, der springt. Ja. Er ist wirklich gesprungen, ne? Er hat erst in die Ecke geguckt. Cleo, nice. 7-1, Alter. Tschüss. Puh. Das ist geil. Hast du Streaks? Keine Ahnung. Ne Auto bestimmt, oder? Ich weiß nicht. Wir fragen ihn mal gleich. Ich pfeife, du Spacken. Echt. Ich habe ein Auto, ja. Ich habe noch mehr Kopfschmerzen, Alter. Seht ihr was? Irgendwo? Ne, noch nicht. Doch, die sind auf keinen Stein. Berg angehittet, Berg angehittet. Nice. Nice. Triple. Er ist aber schuld, wenn sich alle beide da hinstellen. Ach. Gib mir das Ace. Hol dir schon das Ace. Geh rauf da. Yes. Er hat das Ace. Er hat das Ace. Was landet auf YouTube, das weiß ich jetzt schon. Standen die alle hintereinander, oder was? Standen die alle hintereinander, oder was? Ja, irgendwie so, ne? Aber er soll für den Schnabbel halten. Was ist los bei ihm? Nein. Ja, du bist der Erste, der kein Thermal hat. Ey, ich mag das irgendwie nicht. Okay, auf A. Okay, dann fahre ich diese Runde mit dem Auto. Dann machen muss... Ich würde das aufnennen, ja? Ich kann auch Overdrive, warte, ich mach Overdrive und geh hin. Ich habe auch ein Auto. Kann auch einsetzen, dann. Das Land, hinterm Panzer hab ich. Nice. Boah, das war mega knapp, ne? Ein, bei B down. Einer noch. Ich hab Scheune. Der war in der Mitte, kommt wahrscheinlich viel tot. Der ist drin. Easy. Ich hab ihn noch angehittet, ne? Ja, ja, okay. Ich bin ja hinten hochgehöft, dann hab den hinterm Tank weggehofft. Ja, Cleo, das war im Prinzip dein Kill, kannst du jetzt bei sehen. Ja, ich hab ihm drei Hitzeichen gegeben, ne? Und den ersten, den in der Scheune, hab ich dir auch angehittet, da. Endpacks, den... War der hinterm Panzer, der Typ? Ja. Ja, den hab ich schon auch schön gesandt. Ich hab noch hätte Strixen. Ich geh mal Mitte mit, ja? Ja. Ich hab Hellstorm und so. Du gehst Mitte mit? Ja. Gehst du Treppe, oder wo gehst du hin? Ja. Treppe, okay. Dann setze ich Auto ein, hier. Hab da was gestand, hier? Ich flieg erst mal mit Hellstorm. Einer war rechts. Ja, die sind alle auf B. Ja. Einer noch im Spawn hier, ne? Einer ist auf A. Direkt bei deinem Auto. Ja, klar. Rathaus, One-Shot kommt raus, unsere Seite. Ja, da, in der Ecke. Nein, nein, nein. Eigentlich ist das alles. Von. Krank. Alter, die haben wir mal. Hab das Spiel, Lecker haben wir uns. Habt ihr beide in den Streaks gesessen? 2 Autos hatten wir, ey. 6-0, Alter, gegen die Typen. Ich glaube, wir sind nur 5-mal gestorben in der Gesamtheit. Ja, und ich starb von 3-mal. Nice. Ey, der hat sogar Nonat. Ach du Scheiße, Alter. Aber wir, Digga, so gut haben wir das noch nie gespielt, oder? Ne, ich glaube auch. Da ging ja alles. Asklatsch, hangau rein, gute Nacht. Die eine Runde, wo die, wo die, wo zwei Stück gemeinsam hinterm kleinen Stein stehen. Wo du dann ein Triple gemacht hast. Ja, ja. Nice. Ich glaube, die können die Map gar nicht, ne? Ich dich. Äh. Das wird ein Swank. Guckt mal noch schnell, guckt mal noch schnell auf eure Handys. Was ist denn da mit der Lobby los gewesen? Ja, gelbe Leute. Was ist gelb? Ja, das habe ich so oft, ne? Das habe ich noch nie gehabt. Das ist immer, wenn man einmal auf Coopcaster war. Danach packt das immer wie scheiße. Das haben immer nur Leute, die eine schöne Leitung haben. Alles klar. Ja, offensiv, erste Runde. Protektiv, objektiv. Nice. Alter, nice. Alter. Alter, das ist eine geile Runde. Ihr rutscht ja da drüber, Alter. Ich konnte gar nicht so ansagen, so schnell sind die gedroppt gerade hier. Jeder war hochkonzentriert. Keiner hat was gesagt. Ich sehe nur unten die Namen, Alter. Beziehe Posi ein. Ich mache die erste Runde beim Push, ne? Auf B. Nicht nachlässig werden, ja. Auf keinen Fall. Einer oben drin. Ja, hast du, Gero? Ja, eine Mammut noch. Eine Mammut. Ich plante B. Noch einer, noch einer. Der ist auch weak. Der ist weg, der ist weg. Das ist der letzte. Hab ich ihn angefragt. Der ist zurück. Ja, der One-Shot. Der könnte B vorne kommen. Nice. Nice, schön. Die sehen ja gar kein Land mehr. Die sehen ja gar kein Land gerade. Richtig. Ja, spielt einfach weiter so. Die werden jetzt auf A kommen. Glaube ich nicht. Ich glaube, die probieren B. Ich glaube, die probieren B. Ich glaube, die probieren B defensiv. Jimmy, ich geh hoch mit AR, ne? Okay, dann mach ich auch langsamer. Ich glaube, die werden die Mitte pushen jetzt. Dann mach ich die Mitte DEV. Endpacks, ja? Ja. Ja, du machst die DEV. Was machst die DEV denn, ja? Ich kann auch mit Auto vorfahren. Ich versuche die jetzt mal A. Aber da kommen jetzt meine Doppelnates. Ich bin dann gleich bei dir, wenn die A kommt. Ja. Ich bin richtig langsam, Leute. Passt auf. Ah ja. Ich freue mich schon gleich, dass ich meine Nate werfen kann. Ja, noch drei. Bombe ist oben gedroppt. B-Haus-Top ist die Bombe gedroppt. Dann haben wir alle safe. Dann haben wir alle safe. Ich guck nicht mehr in die Mitte rein. Ich guck nur noch aufs Fenster. Nice, Gero. Die droppen aber auch geil. Ich bin One-Shot. Nice, Jimmy. Noch eine. Wir auch. Oh, lol. Der ist oben. Ja, er ist weg. Drück. Wo ist der hin? Ich denke, der wird rausgesprungen da. Aber wo genau wissen wir nicht. Oh, Ten. Ja, aus unten. Oh. Ich hab... Ja, der Assi war noch gekriegt. Ja, der Kill. Ja, der Kill. Ich bin erst mal in der Ecke hängengeblieben, Alter. Ich hab mich einfach um Stein gewälzt, äh, um Bauch. Wegen der scheiß Treppe da. Äh, wollt ihr A-Go machen oder B? Äh, B. Klappt. Gut. Also, ich hab Auto. Soll ich irgendwo Auto fahren? Richtung B oder Mitte? Mitte am besten. Ja, sicher. Nicht B. Oder ich spreche ins Fenster rein. B fahre ich mit in der Auto. Okay, mach ich mit. Dann ist Bunker offen. B hat mich. B hat mich erst in der Ecke. Klappe. Wo bist du, Apex? Einer war oben Penster. Genau, Fenster. Könnten hinter uns kommen denn schon, ne? Ja, Bunke. Hat mich. Ja, fuck. Der hat mich gleich nach dem Klappen. Der wird schon entschärfen. Ja, noch zwei. Double Kill. Ja. Wir haben verkackt. Ich hebe mir das Auto auf nächstes Mal für Verteidigung. Angriff ist kacke. Aber das Problem ist, die können ja einfach zurückgehen. Abwarten. Ja, das stimmt auch. Ja, der muss sich B reinfahren nächstes Mal. So offensiv machen. Nee, nee. Steph? Normal wegfällt. Also, alle, keinen gesehen. Bunker, eine. Bunker angehörtet. Zweimal. Einer ist unten. Werfen hier nicht. Werfen hier nicht. Ich werfe meine Nate, Doc, ne? Boah, miesart. Er ist zurückgelaufen. Meine Nate sollte... Einer ist oben. Ein der Mitte. Keine Ahnung, wo der hin ist. Doc hat einen Trump. Ja, ich werfe mir einen an die Bombe. Bunker, Bunker ist down. Alles klar. Letzte wird Brücke oder so sein. Oder direkt an der Bombe. Nee, an der Bombe direkt ist er nicht. Dann würde ich Brücke gucken. Certig. Brücke ist frei. Vielleicht ist da Wasser. Nice. Ja, ho. Wie viel brauchst du? 25. Aber mach entschärft die Zeit, die Zeit. Entschärft die Zeit. Schön geholt. Das ist wieder verkehrt. Die Zeitbombe gedroppt hat es doch. Bei dem Schiff schon wieder einer im Donut, ne? Der lehnt sich an. Er chillt an der Wand. Starb-Modus. Eingesürzt. Wie auf B, oder was? Ja. Könnte einen Overdrive haben, ne? Jo. Ich bin jetzt da. Das war ich, das war ich. Ah, Fenster hat mich. Hab so geschossen. Nein, hinter uns schon, alter. Lol, da ist das Wasser durch. Einer war ungefähr. Einer ist Mitte, weak. Der in LK. Zwei sind Mitte. Er hat drei übrig. Oh, weg. Ah, shit. Da warst du voll aus dem Aim. Ja. Digga, guck dir an. Wir haben zu zweit, zu zweit unter dem Bunker gechillt. Lass mal nächstes Mal A gehen, da. Wir erwarten uns ja schon auf B. Nein. Ich mach das offensiv, ne? Okay. Wenn's schlecht läuft, hab ich Glitch, dann kann ich da weg. Ich bin nicht aktiv. Aber wenn's schlecht läuft, bin ich tot. Jo. Hier ist schon einer. Ich bin weg. Sauber. Ich hab halt jetzt nur einen MP oben. Ich kann nur noch abnehmen, dass keiner oben ins B-Haus reinkommt. Zwei Mitte, zwei Mitte. Ah, ich muss mich ducken. Ah, scheiß, bin down. Zwei Mitte. Könnten durch, Mitte da. Noch einer. Komm, ist B-Top. Okay, einer noch. Der könnte vor euch sein oder so, ne? Bei B hat ne M8. Zwei gegen einen. Immer noch B. Sauber. Sauber. Eine Runde. Auf A? Ja, auf A, komm. Auf A. Wieder ein mega Timelag, ne? Ist das nicht echt getrimmt? Ich hab noch ein Auto. Wer nimmt die Bombe? Kann ich nehmen. Kann ich auch nehmen. Oh, mein Pax ist mega. Ich bin im Auto drin, die killen mich wahrscheinlich gleich. Alles klar, Crystens, kannst du irgendwie nach hinten gehen, ne? Äh. Oder willst du hier... Hinter mir, hinter mir! Der ist durch. Wo kam der denn durch? Fuck, Alter. Wie kam die da denn? Der kam rechter Wallrun, kam der. Bei euch. Bombe, alle Bombe, alle Bombe! Boah, nice. Einer übrig, zwei gegen einen. Bombe ist safe. Ich komm mit Overdrive. Durch die Mitte. Ich kann von hinten kommen, der Schieb entwecks. Ja. Ja, von hinten. Hinten, 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 Mitte Baum. Das habt ihr. Jawohl, gewonnen. Sehr schön. Nice. Na, Cleo, die können da so laufen, dass wir sie nicht sehen können. Ja, die sind im Wallrun da, ne? Ja. Na, da kann man langlaufen, ohne dass sie da sind. Also. Vorbei, Alter. Alter, wie schnell war das Match denn vorbei? Aber ging grad fix, ne? Ja. Das war doch ne schöne Sache. Gegen 7-0-Team hätte ich nicht gedacht. Schön gemacht, Leute. Weil die waren 7-0 und haben jetzt nicht gerade gegen schlechte geworden. Schön mit mir. Sehr nice, Jungs, Alter. Schön mit mir. Habt ihr es reingefangen? Es ist ja... Auf Infection habt ihr die ja weggebombt wie nichts, Alter. Na, die haben gar kein Landwirt gesehen. Das gut lief ja eigentlich auch nicht schlecht. Ja, klar. Au revoir. 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 Au revoir.